Hallo und Willkommen zu Bonine Showbox. Es geht weiter mit Roguebook. Wir sind hier immer noch im ersten Kapitel und müssen jetzt noch ein bisschen hier rumforschen. Vier in den gegengesetzter Richtung, sagt er mir. Nicht besonders cool. Finseres Temperament. Reduziere einen Zug lang die Stärke des Gegners um 3. Greife für 20 an. Und immer du eine Karte deinen Dick zufügst. Wir brauchen noch ein paar Karten. Deckt ein zufälliges Feld nach dem Zufallsprinzip auf. 1. Coole Entscheidung. Denn Alchemisten können wir nicht einsetzen, weil wir nicht genug Geld haben. Stimmt's da eigentlich noch irgendwo ein Kampf? Oder habe ich alle Kämpfe schon gemacht? Sieht was da aus, als würde es keine Kämpfe mehr geben. 1. 2. 3. 3. 4. Das ist natürlich auch suboptimal cool. In entgegengesetzter Richtung. Könnte ich wenigstens hier runter. Mal schauen, was dort ist. Ein Kampf. Mit Pinsel. Geh mal rein. Ah. Wir müssen das Ding ja erledigen. Aber ich würde sagen... Greife nochmal ihn an. 4. 5. 5. 7. 5. Quatschen. Rotierende Klinge. 2x für 6. 6. 4. 5. 4. 5. 2. 6. 5. 6. 5. Block 18 und eine Stärke 30 12 Block Ich habe ja keine Karte zum Nachziehen 30 Versuchen wir das Ding irgendwie zu blocken 16 Und dann machen wir noch den Block, dass sie hier vorne steht Er greift nochmal 30 an 16 Und dann können wir hier nochmal 12 blocken 12 blocken bedeutet 18 Schaden Wir haben hier 3 Das reicht Weil wir bekommen ja noch hier 3 dazu Jetzt müssen wir ihn definitiv legen Wenn Aurora volle Leben hat 20 20 und 15 Das reicht Wunderbar Oh, Fernkampf Ah ne, Heldenhaftersmaragd nach vorne, Combo Heldenhaftersmaragd Mit dem Umfang Deines Ziehenstapels Und dann ist das hier Combo Combo nach vorn Seele absorbieren Ho, 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 Ho Ja, Ja, Ja Du schaffst sie nicht Hm, das ist sowieso noch vorne Aber dann kann ich ihm die Combo geben Rotierende Klinge Schlag Ich glaube den heben wir noch ein bisschen auf So, da oben haben wir Tinte Ich würde euch so gerne hier aufdecken Ehrlich gesagt Wir haben keinen Kampf mehr Was schon ziemlich armselig ist Vor allem weil wir das nicht einsetzen können Weil uns 2 Gold fehlt Macht mal Und zwar den Schlag Mach mal weg Ritueller Schlag Combo Nahkampf Diese Karte kostet 4 mehr Immer wenn du diese Karte ziehst Reduziere ich ja Kosten um 1 Ja Ja Das skippen wir Feuerteufel, greife an nach vorne und beschwöre einen Rolling. Erhalte Block gleich des dreifachen Umfangs deiner Hand. Ich beschwöre einen der Frösche pro verursachten Schwaben. Äh, ne, 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 da hebe ich mir mein Geld noch ein bisschen auf. Das will ich noch haben, deswegen muss ich das hier machen. Wir haben noch eine Präzisions-Tinte dafür bekommen. Aber mit der Präzisions-Tinte kommen wir auch nicht wirklich weit, nämlich nur bis hierher. Richtig nervig. Okay, so soll es gewesen sein. Wir haben nicht volle Leben. Wir können uns aber volle Leben machen. Brauche ich aber nicht. Ne, 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 ne. Gehen wir rein. Ok, dann wollen wir definitiv sie vorne haben. Dritterer Schlag... 26 Schaden... Dann noch mal verteidigen hier... 32 Schaden... Nicht schön... Wir müssen das Fleischschild spielen, definitiv... Und dann haben wir das Fleischschild... Und die rotierenden Klinge... Fuchsdolbel ist wild... Greife an... 19... 10... Ob es das wert war... Erhaltet Block 20... Wir heben uns das auf... Schauen wir mal kurz rein... Ja, wir heben uns das auf... So, jetzt macht er normalerweise guten Schaden... 10... Wir können... Als nächstes... Nach vorne... Nach vorne... Machen wir mal das... Machen wir mal das... Wissen... Ich krieg 5 Mana... Soll ich das machen oder... Keine Ahnung... Keine Ahnung... Neunzehn Schaden... Neunzehn Schaden... Rotierende Klinge... Sechzehn Schaden... Neunzehn... Neun... 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 Zwei... Die zwei... Sie... Sigue... Nuun... Neun... Zwölf Block. Das können wir sogar machen. Was? Wieso? Oh shit. Ach ne, weil sie... Oh nein, nein, nein. Dann muss ich das doch lieber so machen. Dann hab ich mich ein bisschen verpokert. Okay. Das reicht aber. Irgendwie. Irgendwie hat's gereicht. So. Pinsel. Stapeln. Dann haben wir nochmal den rituellen Schlag hier. Oder episch Mische zu Beginn des Kampfes. Zwei Pupil davon in dein Deck. Ohne Edelsteine. Schleunigen. Schleunigen. Das wär ja witzig. Ähm. Oder die Flammenheize. Schleunigen. Oder... Hier das finstere Temperament. Oder wir bekommen hier drei Karten. Drachenfeuer. Wenn immer du eine Elite- oder Brustkampf gewinnst, greife für 35 Antis statt auf deiner Hand zu Beginn des Kampfes. Holy Moly. Holy Moly. Oder hier der Rituellenschlag. So. Was haben wir hier? Eingekreditvertreiber wird bei jedem Gegner zu Beginn des Kampfes gelandet. Kali sammelt. Während der Ausgerisse hält vorne jetzt für Urgabend seine Angriff. Einbluten. Kritischer Treffer oder Bluten? Was meint ihr? Kritischer Treffer macht halt schon was her, ne? Wollen wir das als erstes machen? Ich glaube, ich nehme das Amulett. Vollständige Heilung. Und dann gehen wir nach Oversky. Sollte man in Oversky? In entgegengesetzter Richtung. Hier habe ich noch den Kappabongo. Das dritte Mal, wenn du in jedem Zug ein Treffer landest, erhältst du 5 Block. Da haben wir nochmal das Block-Schild. Also coole Gegenstände sind es nicht. Ich habe euch übrigens noch nicht den Boss gezeigt. Das ist der Nebelarbeiter. Greife dreimal an. Jeder Treffer früher ist auch 2 Bluten. Die und diese Karte zusammen brauchen wir definitiv. Und ihn brauchen wir auch. Alle Goldhaufen werden enthüllt. Ach, das brauche ich auch. Ich brauche so viele her. Das ist für Reisen. Das ist für Schaden. Das ist für Schaden. Ernten. Erhalte Gold. Fernkampf. Alles sehr geile Sachen. Oh Mann. So, da oben geht's zum... In die entgegengesetzte Richtung. Da muss ich jetzt schon zum ersten Mal... 1, 2, 3. Das enthüllen. 1, 2, 3. Ich enthülle hier. Oder 1, 2, 3. Das bringt nicht viel. 1, 2, 3. Dann haben wir hier 2 Kämpfer. Ich glaube, ich muss das hier machen. Unglaublich viel in den Sand gesetzt. Okay, bin ich mit einverstanden. Da oben. Dann haben wir hier den Alchemisten. Wir nehmen mal die Kämpfer an. Okay, zum Glück ist es nur eine. 21 Schaden. Würde ich dir lieben gerne auch sie machen. 22 Schaden. Lassen wir es so wie es ist. Na, Kampf-Kombo. 13. Wunderbar. Dann haben wir hier einen Reterialen Schlag. Gibt mir neues Mana. Die schäumen wir auf. Und uns den Flammenzieher. Und machen das noch. Wunderbar. Wir haben keine Nachziehstabekarten. Reicht das? 14. Reicht nicht, aber das wird reichen. Was bekommen wir? Wieder vier in entgegengesetzter Richtung. Gut. Aber wie es hier weiter geht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Denn hier mache ich einen kurzen Cut. Würde mich freuen, wenn du das nächste Mal auch wieder einschalten würdest. Danke für den Support. Bis hier hin und weiterhin. Mach's gut. Ciao. Und habt noch gute Zeit. Wenn du da bist, dann kannst du noch nicht auf die Seite nichts mehr kommen. Dönstädte. Dönstelle. Time. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.